Prinz William, hat er über Kate gelogen? Catherine, Princess Of Wales, 41, und Prinz William, 40, sind nach all den Jahren immer Rampenlicht zu echten Medienprofis geworden. Doch auch bei ihnen läuft bei ihren vielen öffentlichen Auftritten mal etwas schief. Wie sie auf solche manchmal unangenehmen Situationen reagieren, verrät viel über ihren Charakter. So auch bei einem aktuellen Termin in einem Seniorenheim im englischen Slug, bei dem Kate ausnahmsweise mal nicht durchweg eine perfekte Figur machte, und damit einer früheren Aussage von Prinz William widersprach. Was genau vorgefallen war und wie die Prinzessin von Wales damit umging, sehen Sie im Video. Verwendete Quelle, Telegraph Co. People.com Sie imi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai intarziat deja. Arunca spate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii s-poți imagina că lumea e a ta și-n plus, pot să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut hava, cât ai sus, cât ai sus, cât ai sus, cât ai sus, pot eu să sari. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de-ascuns, pot să mă lupt tot.